Okay, 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 ich komme hier nicht mehr raus! Haha, Hilfe! Ich setze rüber, kein Schaden, ich komme hier nicht mehr raus! Wow! Na, ihr steckt da aus dem Fotoscape, wir spielen wieder erst von NICHO, und wir starten hier gleich mal voll mit dem Scam-Reit. Wir haben heute Plexi dabei! Hallöje, was geht gerade? Und wir gehen wieder mal voll ab! Wie immer! Voll ab! Oh, ich wurde hardcore erstmal gesniped! Ich nehme mir mal den Ball! Ich raste noch ein... Oh lol! Da stehen ja voll viele, Hilfe! Ich komme schon rüber geflogen! Nein, ich dachte ich erst sie, aber es hat nicht funktioniert! Aber der... Ach guck mal, da oben fliege ich, da oben fliege ich! Der Abstaub war cool! Danke! Hallo! Wieso machst du das nicht? Schäbst dich gar nicht, Plexi? Ich dachte, du bist mein Partner! Naja, ich komme jetzt! Aber ich habe Deathicrupp dabei! Deathicrupp, der braucht nur... Au! Scheiße! Erstmal voll gesniped worden! Boah! Boah! Der Rock'n'Lot! Oh, ich habe alle gesniped! Oh, ich habe alle gesniped! Alle habe ich weggesniped! Juhu! Juhu! Weggesniped! Ah, Teams are the best! Woohoo! Was geht? Was geht? Was machen wir? Oh mein Gott! Ich will zweite Hälfte spielen! Ich mag die Rock'n'Lotter hier nicht! Warum hast du nicht den Männlichen genommen? Ich dachte, wir nehmen beide Männlichen! Was ist bei dir lauun? Wofür ich den... Wofür ich den Männlichen gleich nehmen? Will erst? Oh, lol! Oh, Alter! Der Rock'n'Lotter, Mann! Ja, tut richtig weh! Fette Sache! Reset! Okay! Oh, wird das ein TD? Wird das ein TD? Wird das ein TD? Das wird ein TD! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das wird ein TD! Der Airgunner, Alter! Der Airgunner! Das tut richtig! Komm, du musst nicht zu mich hagen! Du und mich hagen! Komm, sie will eh hagen! Nein, weil du viel zu weit weg bist! Du Arsch! Das dauert mir zu lange! Wieso schreibt sie ha-ha-ha-ha-ha-ha? Schipps ist ja gar nicht! Das ist voll peinlich! I'm a-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Oh, lol! What? Krass, das war... ...und muss nicht hier zu stehen! Der war nicht schla-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Was haben wir los? Will denn keiner den Ball, so ich ihn. Und ich ihn wieder los. Und Snipe, yeah! Ich werde hier, ich werde hier, ich habe hier voll das Sniper, du, ey, mit dem Rocket-Typen, Mann, der hat einfach... LOL, und wieder weg, der Sniper, wo ist denn der Sniper von dem? Ja, ja, der, der, oder was? Nein, das ist der Rocket-Launcher. Ja, wo ist denn? Ah, genau, schon wieder. Komm, stell her, du Barstatt. Du wirst wieder gesnipet, Achtung. Oh, lol, nein, der ist hier. Fuck, das starrt weh. In der Seele. Hab ihn gesnipet. Go, ch-ch-ch-a-p. Ich glaube, ihr kennt eh noch alle, Blacksy, und ihr wisst ja sowieso, dass der Schöner-Mass-Fall dabei war. Er war auch schon Wannes dabei, ich weiß gar nicht, wo warst du, wie war er dabei? Skyblock, Leech of Legends. Ja, stimmt, Skyblock weiß ich noch. Slide and Chomp. Oh, ich glaube, ich werde immer Sitten. Oh mein Gott, du hast gefehlt. Oh mein Gott. Wir sind Menschen wieder alle raus. Wir sind alle Menschen. Oh mein Gott. Ergun tut echt weh. Oh mein Gott. Nein. Ich dachte, ich komme rein. Oh mein Gott, Rekord AP. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du kannst den Ball nehmen. Oh Gott! Oh, wie das schön. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh Gott, da ist eine Sentry gang. Komm, verreck! Yeah! Yes! No! No, no! Warum tust du das? Nein, 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 nein! Yes, ich hab ihn! What? Was war das? War das ein Hacker? Bitte sag mir, es war ein Hacker und der ist rausgegangen. Alter, hast du gesehen, was mit mir grad passiert ist? Ne, warum? Was denn? Ich wollte eigentlich runter zum Zug springen und mich hat's ja mal sowas von rüber geschleudert. Ja, das ist ein Hacker. Ich wurde einfach mal voll durch die Gegend geschleudert, aber ich hab keinen Schaden bekommen. Das war das Witzigste. Ich wurde einfach nur rumgepusht. Ich werde auch nur rumgepusht. Ah, der hat viel HP, dann sollte ich vielleicht draufballern. Und du kommst da nicht oben lang, ne? Da sind die Sandries, die machen die kaputt, kaputt. Das werden wir ja sehen! Haruka! Nein, zu klug! Koneko! Koneko! Ist eigentlich ein ganz guter Name. Klingt zumindest nicht angenehm. Nicht so wie... Tai-Chan! Oder Tai-Chi! Tai-Chi! Also, dann mach ich hier grad alles kaputt. Tai-Hachi! Hey, da ist eine runtergefallen. Und der ist, glaub ich, geflogen. Nein, ist er nicht, der lag. Boah, wie der lag. Die sind alle trau- Oh Gott! Da ist ein Hacker! Oh fett! Die Sensi macht das! Jetzt check ich's! Okay! Okay! Okay, ich komm hier nicht mehr raus! Hilfe! Hilfe! Die Sentry macht keinen Schaden! Ich komm hier nicht mehr raus! Wow! Wie geil ist das denn? Ich werd einfach nur durch die Gegend gedrückt! Oh! Das ist ja voll göttlich! Oh, ich sollte es hitten! Oh! Touchdown! Warum ist er nicht drin? Weil ich erst respawnen musste! Oh, das war... Alter, war das jetzt göttlich, Alter! Auch wenn's ein Hacker war! Aber das hab ich gefeiert! Ich wüsste jetzt aber gegen mich durch die Gegend fliege und dann nicht aus den TNN raus! Oh! Das sieht echt geil aus! Ich will aber raus! Und jetzt hätt ich auch nicht wieder genau schon mehr mitzustellen! Jetzt irgendwo ich Hacker hab! Jaja, das ist schon... Nein! Ich hab Charakter! Ich wechsle! Ich wollte doch eigentlich nicht wechsle! Da ist ein Fanboy von dir, merkst du, ne? Was? Ich hab... Ich kapier' nicht was ist! Äh... Äh... Alter, die Sentry! Oder was war das? Äh... Irgendwas war das, was mir ne Menge Damage gemacht hat! Oh! Die haben ja früher Boost! Hihihi! Oh Gott! Ich hab auch verdammt viel Schaden abbekommen! Alter, die Sentry! Alter, komm ich niemals vorbei! Die Sentry steht da und die haut dich einfach voll weg! Du hast keine Shirts! Hahaha! Merkst du was jetzt, ne? Was nicht passiert ist? Ich will hier weg! Das ist nicht... Das kommt nicht aus! Ja, genau! Das ist mir auch passiert! Das kommt nicht aus der Base! Genau, das ist mir auch passiert! Exakt dasselbe! Aber hier ist der Sentry von Geeks! Machen wir mal Yes, ne? Du bist der Hacker! Das find ich nicht so lustig! Ist das nicht der Fanboy? Ja, der Fanboy und dein Hacker! Ja... Ah, das hat weh! Alter, das ist ein Drieb! Ah, bin direkt runtergefallen! Anscheinend haben hier auch ein paar Lacks! Alter, ein lauter Proster! Darum merke ich gerade! Merken die nicht, dass die einen Hacker haben? Ja, ne, nicht unbedingt glaube ich! Ich komm eben wieder nicht raus! Ich bin raus! Alter, die Lacken ja fett aber! So lange er fett aber! Und der hackt sich halt ab! Alter! Oh, da ist er weg! Endlich ist er weg! Ja, aber das ist nicht fair! Das ist aber nicht nett! Das ist ein bisschen... Alter, die Lacken ja voll krass! Ist ja heftig! Woher kommen die denn? Spanien? Das ist ja aus Buxtehude, Junge! Das ist ja aus Buxtehude, Junge! Das ist aus Buxtehude, Alter! Da kommst du! Da bist du blöd aus der Eier! Boah! Habe ich nicht... Ah ja, ich hab! Alter, ich kann die nicht beinten! Die Lacken so krass! Ist der Wahnsinn! Oh! 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 Zum Glück hab ich mich da hingestellt! Hab mich geopfert! Vor allem hingestellt, wo es halt Hardcore gemeint ist! Hey! Ganz klar! Fingst du an so gut! Konntest du auch so viel tun da, ne? Ja, ja! Boah! Die hab ich! Boah! Die hab ich! Nice! Was bist du denn? Da! Guck dir den an, den Appen! Oh! Ich hab keine Muni! Scheiße! 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 Lalalalalalalala! Okay! LOL! Mann! Also die Längen schon krass! Der eine hat 93, der andere 91! Der erste bei denen hat bei mir 140, einen 141 gerade gehabt! Mann! LOL! Und der bei uns, dieser Rupee, der hat 250er Bingo! So viel besser! Also ich merke nur die Gegner, dass die ein paar Neger haben, aber... Ich könnte den halt gar nicht sagen! Alter! Aber der Schaden ist krank! Da ist Resch! Da ist Ferträger! Naja! Die haben auch schön den Schaden, Touchdown und Plus-Prozentmeter! Mhm! Haben sie Geld dafür ausgegeben? Was denn sonst? Ne, die haben einfach den Schaden, der Bingo! Ja, ja! Da kann man ja Geld für ausgeben, glaube ich! Ahaha! Uh! So! Jetzt bin ich am Drücker! Wirklich! Wirklich! Wir werden davon gerne eine Nail-Pack geholt! Da wollte ich einmal cool wirken und dann sowas! Alter, das ist voll unfair! Ja! Wie vaggen jetzt an die Schaden und... Nööööö! Ich watched! Ich wollte es! Ich wollte weJacob! Kommt gut als Pro, ne? Ich schimmel haaaat Alter, ich weiß, was ich jetzt mach Nein, mach doch nicht! Nein, nicht Tiddy! Warum? Die hauen uns doch nur wieder weg Ich möchte Zeit schinden Das ist mein... meine... Alter, ich krieg den Ball nicht! Und jetzt bin ich draußen Warum war der Ball jetzt nicht bekommen? Das ist ja voll fair Puh Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel... Das ist so faszinierend Oh, wer hat einen Tiddy? Oh, wo? Hier Da ist da ein lautes Hier Jetzt heißt es gut Da kommt aber dann noch einer Ja, da kommen noch mehr Oh Gott Weil die Dauer anst... ich kann die nicht beinen Die steht so beschissen mit der Beine Dass da kein... Äh, die steht so beschissen mit den Anstrengungen Die ich beinen kann, so Ok, ich hab den Ball Äh, Leute, ich hab 42 HP Hinter dir Irgendwas hat mich... Good Job! Oh, oh, oh Ich konnte nicht... nein! Fail! Oh, der hatte Ball... Nein! Er hängt da unten einfach fest Äh, er chillt hier so CD Nö Lol Lol Der deckert sich ja einen ab... Oh, lol, hier ist ja einer! Hi! Na, du? Alter Alter, wie der sich durchleckt Hast du das gesehen? Ich hatte den Ball Und jetzt hast du ihn auch gehabt Hast du ihn auch gehabt? Hast du ihn auch gehabt? Pass auf! Zwei Punkte, ja! Musst du so sehen, es gibt zwei Punkte Ist so viel Einfach nur für den Ball nehmen Ja Oh nein Nein, der leckt so Ich konnte nicht beiden Äh, äh alle... Äh äh, äh Theyks Äh 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 uh... Lieber es mit Zeit chasing Vor allem Zeit schinden Klingt das mal ne Trick Macht mehr Taktik Ist das fair? Ist das fair? Das kann manhst machen Lol Okay Lieb genere ist so schlecht Der ist doch besser oh 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 gott die ist auch gut aber warum werde ich nicht gesnipen von ihm ich habe ihn voll bebeidet und angst alter was geht denn haben die lags oder hacken sie ich kann das nicht mehr vollziehen weil ich krieg hits und posten von seiten das ist nicht aus dem ich einfach mal bridge zerschossen wir haben einen invader bei uns ganze zeit in der base ist ja bewusst mir ist bewusst dass die den ball haben und long way retten oh schön oh gott ich will gesetten nein ich hab mal gott sei dank denk an zeitschinden der ist hinter dir der lagger hat so ein zwei lagger hinter dir ok weiter konnte ich nicht hey sei stolz auf den oh nein nicht schon wieder oh man wieso fein mit der biche war arschloch nur weil ich auch wirst du fein hat warte der hat voll die krassen enchant auf seinem fikdingen alter das ist voll krass wie die lecken das ist voll unfair alter die legen alle alle drei groß der einzige seitlich leckt ist die seewie seewiesse können doch was ja die können doch was alter jetzt zeit schinden auf alle fälle Ah, ich bleib jetzt einfach hier hinten und schinde Vollzeit. Lol. Hauptsache ich überlebe dann. Ganz lange Zeit schinden. Genau. Ein HP. Okay, jetzt bitte. Also ich hab den Sniper da ungekriegt. Ich hab Zeit geschindet. Und jetzt hat niemand den Ball jetzt, sondern einer von denen. Weil einer runtergefallen ist. Ja, ich hab ihn. Der war lecker, der Bein. Nein, ah, f*** dich. Ah, Breaker. Lol. Der ist drin. Oh nein, unser Anschau. Ne, glaube ich nicht. Ne. Lol. Der ist so durchgerusht mit den Legs. Alter, das ist der Wahnsinn. Ich hab schon lang keine Leger mehr gesehen. Aber die sieht man, die Legs. Die sieht man. Ja, die riecht man schon fest. Die sind in der Aufnahme, die Legs. Alter, die sind so krass. Das ist der Wahnsinn. Ist der drin? Der ist drin, Olaf. Oh mein Gott. Was verlieren wir, weil die Legen und Unch haben? Ja, da sieht man. Legs plus Unch ist gleich okay. Ja. Da kannst du nichts machen. Ja, aber wirklich. Das ist voll unfair irgendwie. Kannst wirklich nichts tun. Wir haben einfach viel zu viel SP für ihre Anschau, weil das hier Premium ist. Schön. Gut gedaffnt. Ja, das kann ich. Uh. Gott. Das ist echt hässlich. Wir haben keine Chance. Oh, da kann ich mich anstrengend konzentrieren, wie ich will, weil das ist unmöglich. Allein schon, was die zusammenlecken, das ist der Wahnsinn. Hast du das gesehen? Die hat einfach mein CS-Hit-Eye im Prinzip, ich bin ja auf sie gesprungen, einfach ignoriert. Ja, Leg. Alles in der heutigen Folge. Ich glaube, ich werde es eh nennen, die Folge Läcke auf Heichi Ebene. Auf höchster Ebene und Weise. Natürlich. Die Essen, die hätten mich treffen können, so oder so, bei den Längen. Da kann ich lauf wie ich will. Ich bin in der Richtung und ich bin hier bei dir. Da könnte ich über 10 Meter Kilometer Highspeed springen. Wenn ich da einmal stand, dann haben sie es. Weil bei dem bleibt man stehen. Und bewegt sich nicht. Haha, diesmal bin ich der Maus. Drücker. Unsere Shorts, Angriff! Diese Anstehre. Hoffentlich ist der drin. Nein, ist er nicht. Oh Gott, die geht long. Hast du die? Nee, der lag mich voll. Ja, da war der lag. Gottes Wind. Alter, der Schaden. Wie kann man denn so viel Schaden drücken, durch die lag? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja richtig unfair. Alter, das sind sagen wir mal lagger Hacker. Definitiv. Ja, definitiv. Hast du gesehen? Ja, du sollst dem Titi die lag vorbinden. Hm. Lag for win. Hm. Na ja. Na ja, da ergeben wir sich drüber. Die Folge ist diesmal ein Can't mess, aber auch nur bei die Triple Unshutten und Triple Leg Damage auf Heili Niveau. Und ich werde diese Folge wahrscheinlich auch so nennen. Und ich würde sagen, wir sehen's zur nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn dir mir ein Like, Abon oder Kommentar da lasst, Pussyает und Sie sich wie schön auch freuen. Und bleibst du , wie du hier seid. Ich bin der UFDB. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. TÜPÜP! Gute Absatz. Ciao!